Hallo, guten Morgen und herzlich Willkommen zurück hier bei NioWiMastered. Ich hoffe, ihr befindet euch heute, diesem Mittwoch, an diesem Wendepunkt der Woche. Nicht? Auf solch dem Schlachtfeld. Ist eventuell nicht so geil und stinkt, glaube ich, übelst. Obwohl, die sind ja alle frisch, so viel werden wahrscheinlich stinken. Wir haben einige Dinge zu tun. Folgende Dinge haben wir zu tun. Da drüben, da ist ein Speicherpunkt. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir als erstes den da umbringen. Aber wir machen, dass wir das da ankommen. So, noch einer. So, trinkt ihr mich? Ich habe mich jetzt halt unfier. Vielleicht ist es gar nicht so unfier, sondern ich bin einfach ein bisschen unfieg. Könnte natürlich auch sein. So, den nehmen wir uns jetzt mal zur Brust hier. Ich bin auch nicht einfach vorbei. Hat er mich schon gesehen? Ne, da schließe ich mich erst, wenn ich, glaube ich, den Dings umbringe. Den Stein. 104 Windmoor. Oh, wie schafft die das bis hierher? Die müssen übelst gut mit den Fingern sein. Den Level. Ja, ich bin ja schon gespannt, wie ich mich bei Elden Ring anstelle. Wahrscheinlich wird es noch schlimmer wie bei Neo am Anfang. Ich weiß es nicht. Bei Neo, das war ja schon ganz schön ein Krampf. Seid ihr schon seit Anfang dabei? So, bald muss ich mal O-Choco-Päscher einkaufen gehen hier. So, das haben wir mit. Und dann müssen wir uns gleich hier vom Acker machen. Okay. So, das ist ein Eck. Da hinten habe ich übersehen. Da hinten habe ich übersehen. Wo ist er? Wo ist er? Geht's hier überhaupt nirgendwo hin? 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 Geht's hier? Geht's hier überhaupt nirgendwo hin? Geht's hier überhaupt nirgendwo hin? Geht's hier überhaupt nirgendwo hin? Es wird nichts gefuttert hier. Okay. Scheiße. Ist der 2.0 fertig? Okay. Gut. Gut. Okay, wir müssen uns erstmal auslaufen lassen schnell hier. Da vorne wird es schwierig. Wir tun das erstmal. Wenn man zurückkommt, muss sein Auge daran glauben. Ist okay. Okay. Gut, er kommt. Gut. Gut. Ja, wir benutzen diese Dinger hier tatsächlich jetzt. Und hoffen, dass wir da so irgendwie drüber kommen. Also da vorne wird noch einer rauskommen. Jetzt haben wir dann noch 4 Verlangsamungen und 3 Stärken. Stärken hoch. Oh. Oh, ein Onryog hier. Oh. 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 Ah, welcher wunderbarer Sterbemoment. Und Ryuki bringt mich immer wieder um. Ah, scheiße. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich... Ja, okay. Okay, gut. Ah, war doch nicht okay. Wieso habe ich denn das... Ach, das da... Das fällt dir... Das hält es im Kopf nicht aus, ey. Sieh, ich habe schon gedacht, oh, scheiße, es läuft viel zu gut, ne? Vielleicht war das der Fehler dahinter. Oh, haben wir das Kriegsmönch? Norio ist das Badekriegsmönch. Oh, ist das denn? Achso, ist ja auch die Bernatkei. Stimmt. So, bevor wir uns hier auf die Reise gehen, Gucken wir erst mal. Hä, weiß. Wer hat den Weiß angehabt? Blitzkanone? Oh! 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 Eigentlich brauche ich ja diese doofen Tomfas auch alle nicht. Blutbefekter Spalter? Oho, interessant. Ich finde ja eh einen Haufen Zeug, die da bei mir die ganzen Blutgräber hier machen. Yucara sagt ich nicht zweimal. Na, die nehme ich nicht mit. Okay. Habe ich irgendwas doppelt? Ja, aber tatsächlich. Ich muss das Hausargewöhnlichen. Kichieinhalb. Krieg's her. Das kann doch alles weg hier. Das ist vielleicht nicht. Das sieht ein bisschen cool aus. Okay. Das westliche Kriegstypen. Nö. Kingos Rüstung kommt auch weg. Auch mehrmals. Oh hier. Unübertroffen. Unübertroffen. Wir haben alle dasselbe, an die wir hier rumrennen. Shinobi Kleidung. Ach, die könnte ich anziehen. Büroschützer. Hm. Jetzt kriege ich bestimmt drei Geistersteine hier raus, wenn ich das hier fertig mache. Gewand des genialen Strategen. Ich glaube, das konnte ich eine Zeit lang gar nicht anziehen. General-Rüstung des Samurai-Generals hat Schoi unten auch. Gingos Rüstung. Gingos Rüstung. Tate Dingsbums. Tate Dingsbums. Hier gab es diesmal nix. Übertrieben. Unübertrieben, ne? Ja, genau. Das kommt noch weg. Und jetzt tapfere General. Ach, Schlafanzug ziehe mir eh nicht an. Schwalmschwanz. Hab ich nicht noch eine Tatenashi? Ja. Da kann ich mich das hier auch weg. Schwertmeister. Schwalmschwanz. Schwalmschwanz. Ja, Kack. Verzeihung. Oh, Verzeihung. Was ist gerade los, ey? Okay. Hier. 56 ist ja Standard, dass man das bekommt. Blitz 116. Hab ich Blitz. Okay, verhalten wir das mal so. Was ist mit dem hier? Die Zielwälder. Oh. Oh, wow. Sechs kleine Geistersteine. Das hat's ja mal Obels gebracht. So. Auf das wir jetzt demnächst wieder sterben. Ich hoffe nicht, ob er könnte, könnte ihn hauen. Oh. Oh. Auf dem Leichenhaufen beerdigt. Kann das sein, dass das alles nur passiert ist, weil wir den einen da liegen lassen haben? Oh. Nehmen wir den halt mal mit hier. Scott. Hajimoto. Oh, guck mal, wie viel der dabei hat. Okay. Hier haben wir unseren Freund. Der hat uns schon seine Dölschlein gegeben. Oh. 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 Oh, schön. Da hat was anderes gesagt. So lube ich mir das. Wo ist denn jetzt das Feuerrad? Da ist es. Guten Tag. Konzulin runter. Bitte. Hallo. Hallo. Sch Metal. Shawn. Oh. Hm. Oh. Okay, wir laden mal wieder auf hier, wenn wir so gut können. Okay, wir laden mal wieder auf hier. Okay, wir rennen jetzt hier von einem Ding zum nächsten. Wollt uns wieder jemand gesehen? Ach, da oben. Das Coole ist aber, dass diese Blutgräber, die sie automatisch Ding sind, auch in der da sind. Okay. Dann warten wir mal hier. Immer schön, also nicht ins Licht gehen, aber bei Spielen ist es meistens gut, wenn man ins Licht geht. Gut, mal ganz kurz hier. Beim ersten Mal habe ich es gar nicht geschnallt, als ich das hier das erste Mal gespielt habe. Aber natürlich, wir haben es jetzt ja umgekrempelt praktisch. Das ist ein bisschen blöd. Oh, 230, Wilson, Wong. Aber noch den. Schweren. Gehen wir ins Licht. Wo ist ins Licht? Hier. Komm, bitte. Oh. Okay, und ein Ujuku-Bächer. Ist doch schon mal was hier. Da hinten konnte man nicht lang gehen. Wo? Ach, man könnte auch direkt da runter, wenn wir das wölten. Wölten wir das? Natürlich wölten wir das. Hey, you. Was ist denn du für den Arsch? Jetzt überlege ich natürlich, ob wir die jetzt hier alle mal mitnehmen. Schenke. MR. MR-J. Komm, wir kommen hier rauf. Jetzt warten wir hier kurz. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Okay, komm, wir kommen hier her. Ach, da war der Zähl mit mir mal. Das ist genau gesehen. Sollen wir vielleicht hier unten? Ja, gehen. Ich überlege gerade. Okay. Oh, aber wir sind ja hier sicher. Also, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Stadtnehmtag. Bezufangen wir heute Listenают. Bis morgen. Tschüss. Tschüüüüs. Tschüüüüüüüüsss. Tschüüüüüüüüüs. Untertitelung. BR 2018